Willkommen und schön, dass du da bist bei Change – Einfach Machen, der Business-Podcast zu den Themen Veränderung, Arbeitswelt und Karriere von und mit Ulrike Winzer. Hallo ihr Lieben und willkommen zur neuen Folge im Business-Podcast Change – Einfach Machen. Und bevor ich ins heutige Thema einsteige, möchte ich gerne die Gewinner bekannt geben. Ihr erinnert euch, anlässlich von 100 Folgen im Podcast hatte ich dreimal das digitale Workbook 100 Tage, 100 Übungen – Veränderung ist deine Entscheidung verlost. Und die Gewinner sind einmal Kerstin Gruner, dann zum zweiten Benjamin 1000 und zum dritten Michi 6060. Wenn du dich jetzt fragst, was sind denn das für komische Namen, dann hast du möglicherweise die Podcast-Episode 100 nicht gehört. Das sind nämlich die Namen, die die entsprechenden Personen in der Bewertung des Podcasts unter Apple Podcast eingegeben haben. Dahinter stecken natürlich noch ein paar andere Namen, aber ich weiß ja, der ein oder andere mag lieber sein Pseudonym. Und die Gewinner sind natürlich schon benachrichtigt und haben auch schon den Download-Link bekommen. Denn sie hatten sich ja per E-Mail bei mir gemeldet mit einem Screenshot von ihrer Bewertung. Und es waren, glaube ich, mindestens zwei, wenn nicht sogar alle drei, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, die bereits vor der 100. Podcast-Folge die Bewertung abgegeben hatten. Denn die Aufforderung war ja nicht nur eine neue Bewertung abzugeben, sondern es ging ja generell darum. Deshalb nochmals an dieser Stelle vielen, vielen lieben Dank für Eure Zuschriften und für die Bewertungen. Und dann hatte ich in der Folge 100 noch einen Gutscheincode bekannt gegeben, der am 30. September abgelaufen ist. Und dieser Gutscheincode galt für meinen Online-Kurs zur Positionierung als Arbeitgeber. Danke dafür, dass ihr diesen Code wirklich rege genutzt habt. Und ja, ich muss mir vor dem Hintergrund nochmal überlegen, wenn einer dieser Black Fridays demnächst kommt, dass wir da diese Aktion vielleicht einfach nochmal wiederholen. So, jetzt geht es aber um das heutige Thema. Und wir hatten ja in der letzten Mittwochsepisode etwas zum Thema Veränderung. Nämlich, da ging es um diesen Verhinderersatz, was passiert, wenn. Heute geht es um das Thema Arbeitswelt. Das heißt, die heutige Folge ist ganz besonders für Personaler, aber auch für Führungskräfte spannend. Denn es geht um die Karriere-Seite. Wenn ich dieses Wort Karriere-Seite in den Mund nehme bei einem Kunden, dann heißt es immer mal wieder, ach, das brauchen wir doch nicht. Es reicht, wenn wir unsere offenen Stellen auf der Homepage ausschreiben. Sprich, bei diesen Unternehmen ist die Karriere-Seite einfach nur eine Auflistung von offenen Positionen. Ich bin dann oftmals so ein bisschen ketzerisch und antworte darauf dann, na, das ist doch super, wenn das so funktioniert. Und dann kommt manches Mal, ja, doch ein wenig kleinlaut, naja, so richtig gut klappt das bei uns im Recruiting ja nicht, sonst würden wir sie ja nicht beauftragen. Da ist dann wohl was Wahres dran. Warum also eine Karriere-Seite? Und was ist damit gemeint, wenn es nicht nur die offenen Stellen sind? Eine Karriere-Seite gehört heute zu jedem Arbeitgeber dazu. Wenn du also Personaler bist oder wenn du Führungskraft bist und Mitarbeiter suchst oder auch wenn du Mitarbeiter bist und dein Unternehmen einem Freund oder Bekannten empfehlen willst, dann schau erst einmal, wie eure Karriere-Seite aussieht. Denn das ist deutlich mehr als nur eine Auflistung von offenen Stellen. Ob du gerade jetzt heute und hier Mitarbeiter suchst, das ist dabei gar nicht wirklich wichtig. Wenn du Mitarbeiter hast, dann kannst du davon ausgehen, dass diese sich auch bei anderen Unternehmen umschauen und immer mal wieder prüfen, naja, was haben denn andere Unternehmen so zu bieten. Und da ist der Weg auf die Webseite und dann auf die Karriere-Seite, das ist der erste Weg, der eingeschlagen wird. Und dann gehen deine Mitarbeiter hin und vergleichen natürlich, was sie sehen, was sie bei anderen Unternehmen lesen können und was sie bei dir im Unternehmen erleben in ihrem alltäglichen Doing, aber natürlich auch, was sie bei dir auf der Webseite finden und was sie möglicherweise einfordern oder erfragen könnten. Eine Karriere-Seite ist deshalb überlebenswichtig, wenn du Mitarbeiter hast und wenn du Mitarbeiter einstellst. Sie ist dein digitales Werkzeug als Arbeitgeber, um das mal so zu formulieren. Das ist deshalb so, weil digital der Weg ist, der von Bewerbern vorgegeben wird. Bewerber, die agieren nämlich genauso wie deine Kunden, Bewerber und auch Mitarbeiter. Und wenn du es mit Kunden vergleichst, dann hast du bei den Kunden Bestandskunden und Neukunden. Die Bestandskunden sind die Mitarbeiter, die Neukunden, das wären die Bewerber. Und was machen Kunden? Die googeln. Das machst du mit Sicherheit auch. Und die googeln unabhängig von Zeit und Ort, per Smartphone, per Tablet oder auch per Rechner. Das Web, also der Web-Auftritt deines Unternehmens und dann die Karriere-Seite, das ist oftmals der erste Eindruck, den ein möglicher Mitarbeiter von dir bekommt. Und du kennst ganz bestimmt den Satz, es gibt keine zweite Chance für einen ersten Eindruck. Und wenn du die zweite Chance bekommst, dann musst du dich dort deutlich stärker und höher anstrengen, als wenn du direkt bei der ersten Chance einen super Eindruck hinterlassen hättest. Es gibt vier ganz einfache, simple Punkte, die du unbedingt und wirklich unbedingt, das unterstreiche ich ganz dick und fett, die solltest du unbedingt berücksichtigen. Und diese vier Punkte, die habe ich dir mitgebracht. Punkt Nummer eins, Karriere-Seite und der Weg dorthin. Der Karriere-Button, der ist genauso wichtig wie die Seite mit deinen Produkten oder mit deinen Dienstleistungen. Und der gehört separat an prominenter Stelle platziert, nämlich oben in der Menüleiste. Der gehört nicht unter Neuigkeiten oder unter Aktuelles oder unter was auch immer. Du solltest hier möglichst nicht verstecken mit deinen Bewerbern spielen. Ich habe an der Stelle wirklich schon die Aussage gehört, naja, also wer wirklich zu uns will, der wird ja wohl herausfinden, wo diese Seite ist. Wenn du also wirklich wissen willst, ob ein Bewerber schlau genug ist, sich durch deine Webseite zu manövrieren und dann die Karriere-Seite zu finden, dann ist das vielleicht eine Aufgabe, die du zu einem späteren Zeitpunkt machen solltest, denn es geht ja erstmal an dieser Stelle darum, denjenigen zu interessieren und Neugierde zu erwecken. Und das kriegst du nur hin, wenn derjenige schnell darauf kommt und diese Seite schnell findet. Denn die Erfahrung zeigt, dass wenn eine Seite nicht schnell gefunden wird, dann springt derjenige ab. Letztlich geht es ja darum, dass du willst, dass Bewerber und Menschen dich als Arbeitgeber wahrnehmen. Genauso wie du willst, dass deine Produkte oder Dienstleistungen gekauft werden. Und deshalb gehört dieser Button sichtbar oben in die Menüleiste. Punkt Nummer zwei, Karriere-Seite und Inhalt. Da erlebe ich dann immer mal wieder Aussagen wie, ach, das ist doch schnell gemacht, wir schreiben unsere Historie auf und dann stopp. Genau darum geht es gerade nicht. Die Karriere-Seite dient nicht dazu, das zu wiederholen, was an anderer Stelle schon steht. Wenn jemand deine Historie kennenlernen will, dann habt ihr bestimmt dafür schon einen Button, der da lautet, über uns, über unser Unternehmen oder ähnliches. Die Karriere-Seite hat den Sinn zu zeigen, wer du als Arbeitgeber bist und was du als Arbeitgeber bist. So wie ein einzelner Mensch auch verschiedene Facetten hat, also zum Beispiel als Unternehmer, als Mitarbeiter, als Vater, als Mutter, als Mitglied in irgendeinem Verein und so weiter, so hast du als Unternehmen ebenfalls verschiedene Rollen. Du bist Unternehmen und Produzent von Dienstleistungen oder Produkten, du bist Arbeitgeber, du bist Verbandsmitglied und so weiter. Und hier ist genau das gefragt, was dich als Arbeitgeber kennzeichnet und auszeichnet. Aber das ist nicht das Einzige. Auf die Karriere-Seite gehört bezüglich Inhalt auch Erklärungen zu Bewerbungsverfahren, Hintergründe, warum ihr Mitarbeitern bestimmte Dinge anbietet und vieles mehr. Es sollten also echte Informationen mit Mehrwert geliefert werden und keine einfachen, simplen Floskeln. Oder um es nochmals anders zu formulieren, hier gehört deine Positionierung als Arbeitgeber hin. Darüber hatten wir ja kürzlich eine Folge. Punkt Nummer drei. Das Auge ist mit. Das ist ja so ein bekannter Satz und da ist unglaublich viel Wahrheit drin. Informationen sind wichtig, ja, und Informationen werden durch Inhalt, durch Content, durch Worte geliefert. Emotionen sind mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar noch wichtiger. Und Emotionen werden am besten über authentische Bilder oder auch Videos transportiert. Natürlich werden Emotionen auch über Text herübergebracht, ja. Aber Bilder und Videos sind einfach nochmals stärker und selbstsprechender. Deine Seite soll nämlich ehrliche Werbung für dich machen. Wenn ich jetzt das Wort authentisch benutze, dann ist damit gemeint, dass Dinge, die im realen Leben nicht vorkommen würden, also zum Beispiel rappende Mitarbeiter, die durch eine Filiale tanzen, dass sowas eben nicht auf die Webseite gehört. Authentisch bedeutet aber dennoch, dass die Bilder gut sein sollten, also gut ausgeleuchtet, ein guter Fotograf. Schlecht gemachte Bilder, schlecht gemachte Videos oder auch so Stockfotos, die jeder sofort als solche erkennen kann, die sagen etwas über dich aus, die sagen etwas über deine Wertschätzung, deiner Bewerber aus. Und wenn du solche Sachen nutzt, dann passiert nämlich genau das Gegenteil. Anstatt Appetit anzuregen, ist das Ergebnis dann eher Appetit vergangen. Und der vierte Punkt, der unglaublich wichtig ist, das ist das Thema Karriereseite und Mobilität. Wir alle surfen mittlerweile unglaublich viel mobil, per Handy, per Tablet, wenn immer wir unterwegs sind. Dieses Ding ist in so vielen Händen und daher ist es so wichtig, dass die Karriereseite mobile-friendly ist, also mobilfreundlich. De facto sollte deine ganze Webseite, also die ganze Unternehmenswebseite für mobile Endgeräte optimiert sein. Um es mal jetzt technisch einfach auszudrücken, sehr oft ist es so, dass die Webseiten und die Seiten für Bewerber in verschiedenen, ich nenne das jetzt mal Umfeldern laufen. Und die Folge ist dann, dass die Bewerberseiten dann etwas anders aufgebaut sind vom Layout. Und das gilt ganz besonders für Stellenanzeigen. Dann ist vielleicht die Karriereseite noch mobil optimiert und dann gehst du auf eine Stellenanzeige drauf und dann sieht das Ganze schon irgendwie merkwürdig aus. Deshalb ganz wichtig, achte darauf, dass die Karriereseite mobil optimiert ist, denn Smartphone und Tablet nutzt mittlerweile fast jeder. Und wenn du eine Karriereseite hast, dann wirf auch immer einen Blick mit unterschiedlichen Browsern und mit unterschiedlichen Endgeräten darauf. Ein Apple-Smartphone ist etwas anderes als ein Samsung-Smartphone. Es gibt auch alternativ dazu kostenfreie Tests im Netz, die dir ruckzuck Antworten geben, wie deine Seite auf einem Tablet, auf einem Smartphone oder auf einem normalen Desktop-Rechner aussehen. Fazit daraus, wenn du Mitarbeiter binden willst und neue Mitarbeiter anziehen willst, dann geh unbedingt auf die Karriereseite und schau dir zumindest diese vier grundlegenden Dinge an, ob das alles so optimal umgesetzt und gestaltet ist. Und dann frag dich selber einmal, wie gefällt dir das? Wie spricht dich das an? Würdest du dich, wenn das jetzt nicht schon dein Unternehmen wäre, würdest du dich aufgrund der Informationen, die dir geboten werden, bei deinem Unternehmen bewerben? Und die Antwort darauf, die liefert dir im Grunde schon deine nächsten Schritte. Das war's auch schon wieder für heute. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann mach doch ganz einfach drei Dinge. Erstens, teile die Folge mit Menschen, die dir wichtig sind. Zweitens, abonniere den Kanal, damit du keine Folge mehr verpasst. Und drittens, hinterlass mir gerne eine am liebsten 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast und eine Rezension. Ich freue mich in jedem Fall, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Und wenn du Fragen oder Anregungen hast, dann schreib mir eine Nachricht. Alle Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Und bis zum nächsten Mal. Sei großartig und mach einfach Change. Deine Ulrike Winzer Deine Ulrike Winzer